Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ickbock Deine Tee. Ich bin der Waden und ich stelle euch wieder heute eine Deal-on-No-Deal-SPC vor und dieses Mal geht es um den guten Harry Cam. Und so wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon zwei von vier Aufgaben abgeschlossen und ja, ich möchte dazu auch noch ein paar Worte verlieren, bevor ich diesen hier komplett mache. So, kurz zur Info, die, die in FIFA aktiv sind, die wissen, das Team of the Year steht jetzt hier quasi im Fokus. Natürlich kostet so eine Team of the Year-Karte auch mehrere Millionen Münzen und das ist für die, die FIFA jetzt nicht allzu oft spielen, beziehungsweise jetzt auch nicht so eine große Summe aufbringen können. Fast unmöglich zum jetzigen Zeitpunkt einer dieser heiß begehrten Team of the Year-Karten zu bekommen, beziehungsweise, wenn man auch nicht, das Peckluck dazu hat, ne. Und ja, abseits von diesem ganzen Team of the Year gibt es aber natürlich weitere SBCs und die schauen wir uns mal an und heute macht der Harry Kane den Anfang. Und da kommen wir auch mal zu ihm, Harry Kane ist bekannt, spielt in der englischen Nationalmannschaft, ist Engländer, wohl klar, wenn man in der Nationalmannschaft von England spielt, dann ist das natürlich klar. Er spielt in der Premier League bei Tottenham und ist ein Stürmer. So, seine Spieler-Bio gucken wir uns auch nochmal an, der gute Herr hier ist 1,88 Meter hoch, Spieler-Arbeitsrate ist im Angriff-Verteidigung hoch, hoch und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Starker Fuß ist recht, Spezialbewegung nur 3 Sterne, dafür aber schwacher Fuß 5 und dieser schwache Fuß 5 ist natürlich richtig, richtig gut. Das heißt also, er ist Beifüße sehr stark, egal mit welchem Fuß er abzieht, der Ball ist dann trotzdem eine richtige Wucht, beziehungsweise der Ball ist für den Keeper sehr, sehr gefährlich. Wer jetzt nicht so mit Skills arbeitet, der kann hier über diese Spezialbewegung von 3 Sternen drüber hinwegsehen. Für die, die sagen, no, das geht absolut gar nicht, 3 Sterne, das ist absolut, ja, dann ist es natürlich schon ein großer Kritikpunkt, aber der Kane ist halt natürlich auch einer, der jetzt nicht so auf die Skills ausgelegt ist. Und da muss man halt selbst gucken, hm, ich brauche aber unbedingt einen Sturm, jemanden, der 5 Sterne hat, weil ich mit Skills arbeite, dann wäre Harry Kane da so eine Wahl, wo ich sagen würde, dann lasst es lieber. Alle anderen, die sagen, nö, eigentlich bin ich jetzt nicht so der Skiller, ich würde es mir mal angucken. Und genau deswegen machen wir jetzt auch weiter und wir gehen mal zu seinen Ediput Details und da sehen wir Tempo 88, Antritt 82, das ist nicht so gut, beziehungsweise das ist okay, aber der Antritt bedeutet, wenn er den Ball hat, wie lange dauert es denn, bis er dann sein volles Tempo hat oder mit welchem Tempo fängt er denn an zu rennen und das ist dann hier nur eine 82. Seine Sprintgeschwindigkeit aber ist 93, das heißt also, die Sprintgeschwindigkeit von 93 ist halt trotzdem ein sehr schneller Tempo, nur sein Antritt, wie lange er braucht, um jetzt komplett nach vorne zu kommen, beziehungsweise diesen Anstoß zu finden, ist bei 82 und das ist so, la la, aber man kann hier definitiv etwas dagegen tun, beziehungsweise ist das, was Kane hier mitbringt, 88 Tempo, im Gegensatz zu seiner Goldkarte, richtig, richtig gut. Also man sollte hier über das Tempo definitiv nicht meckern können, man kann ja das Tempo immer noch anheben. So, dann gehen wir mal weiter, Schuss 94 ist natürlich bockstark, Stellungsspiel 97, Abschluss 97, Schusskraft 94, Beitschüsse 89, da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewinnen, 89 ist für den guten Kane hier ein bisschen wenig, aber das geht trotzdem durchaus in Ordnung, Volley 91, Elfmeter 94 sind natürlich super Werte, gerade sein Stellungsspiel von 97 ist sehr, sehr, sehr gut, denn seine normale Goldkarte hat auch einen sehr guten Stellungsspiel und man merkt es auch, also er sucht sich wirklich die Räume, er findet sie auch und er ist immer eine gute Anspielstation, sein Abschluss ist natürlich auch sehr, sehr stark und das passt soweit. So, dann gucken wir uns mal seine Passwerte an, dafür, dass er ein Stürmer ist, hat er hier in den Passwerten eine 87, einer, der wirklich vorne in der Spitze spielt, der braucht jetzt eigentlich nicht so die krassen Passwerte, aber der Kane hier, der ist anders, der hat eine Übersicht von 91, das heißt also, seine Pässe kommen relativ gut an, Flanken mit 84 sind auch sehr gut, Freistoßpräzision, ja, die sind nicht gut, aber Freistoße kann man auch anderen überlassen und ich denke, jeder im Team hat jemanden in seinem Team, wo er sagen kann, das ist mein Freistoßschütze und Kane gehört da nicht dazu. kurzer Pass 89, das ist sehr, sehr gut, langer Pass 90, das ist auch sehr, sehr gut, Effekt 87 auch absolut super, aber zu diesem kurzer Pass, langer Pass, dazu kommen wir später noch einmal zurück, ich gehe jetzt erstmal zu den Triplings über, Beweglichkeit 85, das ist durchaus in Ordnung, Ballon 93, Reaktion 97, Ballkontrolle 90, Tripling 87 und die Ruhe 96. Okay, die Ballon, da hätte ich mir ein klein wenig mehr gewünscht, aber das ist trotzdem in Ordnung, aber die Ballon ist dann trotzdem so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich mir sage, na, der hätte da noch ein bisschen was draufgepackt bekommen können, aber es ist soweit, okay. So, dann kommen wir mit der Verteidigung, klar, als Stürmer, was will er denn da hinten in der Verteidigung eigentlich? Nichts, denn nur seine Kopperpräsentation ist hier sehr, sehr gut und das ist auch als Stürmer sehr wichtig, beziehungsweise für ihn 93 ist er ein hervorragender Wert, den Rest brauchen wir jetzt eigentlich nicht drauf eingehen und danach kommen wir auch zur Süße. Die Sprungkraft hier bei 82 ist natürlich ein bisschen schade, ich habe hier eigentlich gehofft, der hat hier ein bisschen mehr, wenn ich mal daran denke, der Ikati, war das glaube ich ein Rückblick, Ikati hatte vor kurzem auch eine Karte gehabt, eine Spezialkarte, ja, das war auch ein Rückblick, Rückblick Ikati, der hatte bei Sprungkraft 99 und der Kane ist aber hier, ja, sehr Kopperstark und bei ihm hätte ich mir jetzt auch mindestens eine 90 gewünscht, aber man kann ja nicht alles haben. Wie gesagt, man kann hier bei der Süße auf jeden Fall noch was machen. Generell empfehle ich hier, Ensign auf ihn drauf zu packen, das pusht nochmal so ziemlich alle Werte, also wirklich fast alles um 5 Punkte und das ist dann richtig Monster. Also Kane ist mit Ensign auf jeden Fall ein richtiges Biest, den man auf jeden Fall spielen sollte. Ausdauer 86 ist auch völlig in Ordnung, seine eigene Stärke 88 ist natürlich sehr gut, er ist schlecht, beziehungsweise nur schwer vom Ball zu trennen, beziehungsweise lässt sich auch nicht einfach so den Ball abdrängeln. Die Aggressivität von 83 ist definitiv auch in Ordnung. So, gehen wir mal runter, beziehungsweise rüber zu den Spieleigenschaften. Dort hat er Führungsstärke und Außenrissschuss. Alle anderen drei Sachen hier, die mit CPU-KI markiert sind, die interessieren uns jetzt hier nicht, sondern nur die Führungsstärke und der Außenrissschuss. Gerade der Außenrissschuss ist sehr wertvoll, wenn er mit dem Außenriss schießt, beziehungsweise mit seinem rechten Fuß vom linken Flügel oder so, sagen wir mal, dann ist das natürlich sehr, sehr stark. Und ja, auf jeden Fall absolut Top-Karte hier. Und ich würde ihm auf jeden Fall ein D geben. Also, wer Aubameyang nicht gemacht hat, der sollte jetzt bei Kane zugreifen. Und ja, generell gibt es jetzt im Sturm von England jetzt nicht so krass die Granaten, die jetzt mit Kane so krass mithalten können. Werner hat noch eine UCL-Karte, also eine UEFA Champions League-Karte. Die ist auch sehr stark, aber man kann halt Werner halt nicht mit Kane vergleichen. Aber trotzdem, Werner ist natürlich sehr, sehr schnell. Er hat auch einen anderen Body-Type, aber Kane ist dann hier ja nochmal was anderes. Man muss halt gucken, welche Stürmer passt denn da so zu mir. Und ja, Kane auf jeden Fall hier sehr, sehr stark. Auch 93 und ich würde ihn selbst persönlich gar nicht in den Sturm stellen. Alleine schon dadurch, dass dein Pass, dein passen, kurzer Pass 89, langer Pass 90, hier so gut ist und man im Sturm, ja quasi, wenn man jetzt Aubameyang gemacht hat, dann hat man da schon jemanden, wo man sagen kann, der ist top. Wenn man Cristiano Ronaldo hat, der eigentlich auch gar nicht mehr so teuer ist, dann hat man zwei gute Stürme. Mit Werner hat man dann drei. Gut, es gibt dann hier und da noch ein paar Karten, wo man sagen kann, die passen dann auch gut in den Sturm. Aber sind diese wirklich so gut? Sind die zufriedenstellend? Und ich denke mal, mit Aubameyang, mit Lukaku hat man ja auch noch eine gute Karte, aber ist halt auch so ein Stürmer, der eher so Body-lastig ist. Und man muss dann halt gucken, mit welcher Stürmer-Variante spiele ich denn? Und genau da kam meine Überlegung auf. Wenn man Kane nicht unbedingt im Sturm spielen will, würde ich ihn aber im zentralen, offensiven Mittelfeld aufbauen. Denn seine Passwerte sind sehr gut. Im zentralen, offensiven Mittelfeld muss man jetzt auch nicht unbedingt skillen, weil da jetzt dieser ein oder andere Verteidiger vor mir stehen könnte, den ich jetzt als letzten Mann quasi umtribbeln kann, beziehungsweise mit einem Trick umgehen kann, um dann frei aufs Tor zu kommen. Klar, es kann passieren, als zentrales, offensives Mittelfeld schon, aber eher weniger. Denn als zentrales, offensives Mittelfeld, dann guckt man, okay, kriege ich hier noch irgendwo einen Pass hin oder kann ich drauf schießen? So. Und ja, ich würde Kane tatsächlich ins offensive Mittelfeld stellen, denn seine Werte sind dadurch auch sehr, sehr gut. Alleine schon dadurch, dass seine eigene Stärke sehr, sehr stark ist, man ihn schlecht vom Ball bekommen kann und er gute Pässe spielen kann, würde ich ihn da hinstellen, anstatt in den Sturm. Wenn man denn Ronaldo, Aubameyang, Werner oder sonstige Stürmer hat, wo man sagen kann, nee, die sind eigentlich genug, die sind gut, die haben 5 Sterne, die haben auch 5 Bigfoot und ja, aber trotzdem, Kane kann definitiv ins zentrale, offensives Mittelfeld gestellt werden und ich glaube, da werde ich meinen auch hinpacken. So, jetzt haben wir ja schon gesagt, ja, hm, 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 was denn nun? Soll ich ihn machen oder soll ich ihn nun nicht machen? Das ist natürlich eure Entscheidung. Ich für meinen Fall sage, seine Werte sind top, Kane ist ein guter Spieler, hat einen guten Bodytype, hat ein verdammt gutes Stellungsspiel und ich würde ihn machen und gebe ihm daher auch einen Deal. Alle anderen, die sagen, nee, Spezialbewegung 3 ist mir nicht, im Sturm habe ich andere Varianten und ich kann ihn auch schlecht einbauen, weil er halt ein Engländer ist. Ich weiß nicht, wie ich ihn linken soll. Ja, ein Stirling könnte man linken, da wäre das auf jeden Fall schon mal diese kleine Probleme gelöst. Aber, ja, wenn man jetzt sagt, nee, das ist mir alles nicht, dann kann man ihn auch auslassen. Es wird bestimmt irgendwann mal noch eine andere Karte geben, beziehungsweise einen anderen guten Stürmer, aber aktuell ist dieser Kane definitiv top und ich empfehle ihn auf jeden Fall zu machen. Was wir mir denn dafür alles ausgeben, das ist natürlich sein Kritikpunkt, er ist recht teuer. Aber gerade dadurch, dass Team of the Year da ist und noch zu beachten, man hat noch 30 Tage Zeit für ihn, heißt es also, aha, ja, wenn man fleißig Pakete sammelt und ein bisschen Glück hat, dann kann man den auch, ja, billiger machen. Also das 86er Team wird man vielleicht noch so hinbekommen, das 88er Team hingegen wird dann aber schon etwas teurer. Doch dadurch, dass Team of the Year da ist, viele ihre Packs aufmachen, werden auch die Preise im Markt auf jeden Fall fallen, beziehungsweise von diesen normalen Goldkarten. Die werden definitiv runtergehen, weil einfach zu viele Packs aufgemacht werden, zu viele Spieler werden auf dem Markt landen, deswegen werden die Preise auch runtergehen. Das wird sich erst dann wieder erholen, wenn Team of the Year vorbei ist. Und ja, genau deswegen ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo er gekommen ist, dafür, dass man 30 Tage Zeit hat, ein 88er Team hinstellen muss, was definitiv möglich ist, auch mit ein klein bisschen Packlack. Und ja, wir gucken es uns mal an, 83er Team kann man locker aus dem Verein machen, 84er Team auch, klar, hier Team of the Week Spieler, aber die bekommt man auch zusammen, so teuer sind diese ja nicht. Hier ist ein 86er Team gefragt, das wird schon etwas kniffliger, auch mit einem Team of the Week Spieler. Das letzte Team ist ein 88er Team, und da muss man halt schauen. Sein Gesamtwert beträgt sich hier auf 400.000 Münzen, Aubameyang war teurer, und ja, seine Statistiken von Aubameyang, die sind jetzt nicht ganz so gut, dass er jetzt mit Kay mithalten könnte, aber ich muss sagen, ich habe Aubameyang, und er spielt sich verdammt gut. Ich habe damals auch gesagt, ihn könnt ihr machen, und ich bereue diese Entscheidung auch nicht, ihn gemacht zu haben, er ist bei mir auf jeden Fall ein Stammstürmer, und der spielt bei mir, und ich hoffe mal, dass Kay jetzt auch so in dieselbe Kerbe einschlagen wird, auch wenn ich ihn eher in zentrales, offensives Mittelfeld schalten werde. So, das war es dann von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, beziehungsweise beim Erledigen seiner SPC, und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn vielleicht abschließt und sagt, ähm, ja, und eure Meinung zu ihm erzählt, ist er denn bei euch gut, oder ist er nicht gut. Fakt ist, Kay ist auf jeden Fall immer präsent. Der ist im Sturm immer da, und macht seine Tore, seine Schüsse, sie sind erste Sahne. So, gut, dann verabschiede ich mich, und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, wenn es dann wieder heißt, Deal or No Deal.